Hallo und herzlich willkommen zu Rocket League Top Video. Wir machen einfach heute neue Skippen. So geht es! So, was haben wir heute? Wir haben, das haben wir immer noch, immer lieber vor allem dabei, jetzt haben wir so gemacht, die wir vor allem gemacht haben. Dann haben wir noch, ja, die kostet 800 Rocket League Coins. Genau, hier ist, was hinten auf dem Auto kommt, vor 600 Rocket League Coins. Kaufen wir das in Rocket League, bekommen wir das auch in Fortnite. So, dann kommt nochmal in den täglichen Top. In den täglichen Top haben wir die Autoreifen, die animiert werden vor 700 Rocket League Coins. Genau, haben wir noch die roten Autoreifen, die bisher mich an Marvel erinnern. Ja, die erinnern mich an Marvel. Allgemein an Marvel-Character erinnern mich, giga-Auto-Reifen, vor 600 Rocket League Coins. Gänge haben wir hier noch giga-Auto-Reifen. Alka-Gige gehen ein bisschen, aber auch wie ein Messer. Ja, gehen ein bisschen auch viel besser, die Auto-Reifen, vor 400 Rocket League Coins. Gänge haben wir natürlich noch, was hinten vor Auto kommen, vor 100 Rocket League Coins. Gänge haben wir noch giga-Auto-Reifen, vor geilen Rocket League Coins. Gänge haben wir noch giga-Auto-Reifen, vor 2000 Rocket League Coins. Mit Mikrofon. Über. Was haben wir noch? Gänge haben wir noch giga-Event, das geht nach 9 Kage. Gänge haben wir noch giga-Event, das geht nach 8 Kage. Gänge haben wir noch das Fußball-Event, das geht nach 1 Kage. Gänge haben wir natürlich noch vor 600 Rocket League Coins. Dieses Paket ist präventcool und von 1000 Rocket League Coins auf 600 Rocket League Coins. Gänge haben wir noch giga-Pakete, die beiden noch 23- dead Freuden-Track-Event. Gänge haben wir noch giga-Auto-Paket vor 4,50 Euro. Gänge haben wir noch giga-icher-Paket vor 18,90 Euro. Danke. Und das war auch mal wieder mit dem Rocket Shop Video. Lass den Abo da, lass den Glauben da oben da und kalt dieses Video. Danke an jeden, der es immer wieder macht und bis zum nächsten Mal. Ciao.